Ich grüße euch. Ihr habt es am Titel gelesen. Ausgeglichen bedeutet nicht Remie. Das versuche ich seit Generationen allen Schachspielern, meistens jüngeren Schachspielern, zu vermitteln, dass eine Ausgeglichenstellung, solange auch Material auf dem Brett ist, kann man immer kämpfen, kann alles passieren. Ausgeglichen bedeutet nicht automatisch Remie. Natürlich, bei beidseitig perfektem Spiel wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit Remie, natürlich. Aber die meisten Spieler gucken sich ja nur um die Eröffnungen und vielleicht noch ein paar Mittelspiel-Taktiken und so weiter. Aber der Endspiel-Skill von vielen Spielern ist einfach unterirdisch schlecht. Und deswegen, ich habe schon so viele Endspiele gewonnen, wo ich aus einer gleichen Stellung heraus in ein Endspiel gegangen bin, vielleicht sogar minimal schlechter. Aber weil die Leute einfach Endspiele nicht üben und man kann nicht, was man nicht übt. Und da kann ich so viele Partien mit gewinnen. Und deswegen, ich sage es immer wieder, ausgeglichen ist nicht Remie. Spielt die Endspiele weiter, übt ein bisschen, ihr werdet sehen, ihr werdet besser werden und Endspiele machen auch Spaß. Und ja, da habe ich ein Beispiel heute selber wieder erlebt und das möchte ich euch zeigen und von daher lassen wir es loslegen. So, und zwar die Partie, die ich euch zeigen möchte. Ich weiß gar nicht, also eine eigene, eine 5 Minuten plus 4 Sekunden Partie. Ich weiß gar nicht, ob das als Blitzen oder als Schnellschacht durchgeht. Okay, spielt auch keine Rolle. Wir schauen uns mal die Partie an. Ich hatte die weißen Steine, es kam diese französische Variante aufs Blit. Klassisch mit Springer C3 und mit Springer F6. Und ich habe Läufer G5 probiert. Und ja, jetzt gibt es Läufer E7, Läufer B4 oder aber auch dieses Rausschlagen auf E4. Und genau, das hat mein Gegner hier auch gemacht. Habe ich noch eine kleine Anekdote oder eine, wie auch immer. Schaut mal auf die Eröffnung, auf den Namen der Eröffnung wird hier mit Burn Variante definiert. Und ist auch alles in Ordnung. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer anderen Reihenfolge hier erst auf E4 schlage, jetzt zeigt Lieschess an, das ist die Rubinstein Variante. Und da ist auch grundsätzlich, so kenne ich es auch. Aber, wenn wir jetzt nach Springer F6, Läufer G5 quasi wieder in diese Stellung reingehen, zeigt er immer noch Rubinstein an, statt auf Burn umzuswitchen. Obwohl es die gleiche Stellung ist. Okay, deswegen Namen dieser Eröffnungen bei der Lieschess Datenbank kann man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Okay, wir schauen mal weiter. Läufer E7 kam hier. Okay, ich nehme auf F6 raus, das ist noch alles Theorie und mein Gegner schlägt mit dem G-Bauern. Da entsteht ein bisschen Ungleichgewicht. Der Bauer möchte nach F5 und damit Kontrolle über das Feld E4 haben. Grundsätzlich hat schwarz auch das Läuferpaar. Dafür ist die Struktur ein bisschen kaputt und weiß, möchte diesen zentralen Springer halt behalten. F3, F5. Ja, zieht den Bauern vor. Der Springer muss weg. Schwarz könnte mit Läufer F6 fortsetzen. Und hier ist so der Hauptzug in der Theorie Springer C3. Mit der Idee, wenn schwarz mal irgendwann C5 oder jetzt sofort C5 spielt, um das Zentrum anzugreifen, dann kommt eben die Idee D5. Der Bauer deckt den. Und das geht hier um die Bauernstruktur. Denn schwarz kann zum Beispiel jetzt nie, jetzt oder später auf D5 schlagen. Denn wir sehen, dass die Bauernstruktur von schwarz dann kaputt wäre. Gut, das ist nur eine von ganz vielen Varianten und Ideen, warum Springer C3 hier wohl der Hauptzug ist. Okay, ich dachte mir, komm, ich gehe mal nach D2. Damit halte ich meine Springer schön gegenseitig gedeckt und kann auch mit C3 meinen Bauern hier abstützen. Ist alles im Grunde nicht entscheidend, weil es hat sicherlich keinen Öffnungsvorteil. Aber gut, habe ich jetzt auch nicht drauf angelegt. C5, guter Zug, möchte hier im Zentrum angreifen. Ich schlage raus und spiele Springer B3, greife den Läufer an und drohe die Dame zu tauschen. Er tauscht hier selber. Und jetzt haben wir im Grunde schon ein damenloses Mittelspiel. Und natürlich könnte man sagen, schwarz hat hier vielleicht mit dem Läuferpaar Chancen, irgendwann mal Vorteil zu erreichen. Und wenn das so ist und das Läuferpaar aktiv zur Geltung kommt, mag das durchaus sein. Aber ist noch ein weiterer Weg bis dahin. Der Läufer ging zurück und ich dachte mir, ich stelle meinen Läufer hier auf G2, denn dann habe ich Druck gegen den B7 und erschwere damit so ein bisschen die Aktivierung des Läufer C8. Springer 6, Läufer G2, König E7, guter Zug. Schwarz, weiß auch. Oh, wir sind ohne Damen, ist der König hier im Zentrum nicht mehr gefährdet. Und ja, besser als Rochade, weil dann brauche ich ja wieder drei Züge mehr, um Richtung Zentrum zu kommen. Jetzt habe ich Springer FD4 gespielt, meinen Läufer hier aktiviert. Ich habe das mit der Rochade noch ein bisschen hinausgezögert, weil ich ja grundsätzlich auch gleich mit König E2 spielen will. Nach dem Tausch, zack, sehen wir, dass der Läufer G2 den B7 massiv unter Druck hält. Und schwarz spielt Turm A7, um diesen Bauern zu decken. Die Idee von Turm A7, im Gegensatz zu Turm B8, ist zum Beispiel, wenn der B-Bauer sich irgendwann mal bewegt, dann kann der Turm von A7 gleich mal nach D7 und in Verbindung mit dem anderen Turm, als Beispiel, dann hätte man diese Verdoppelung schon vorbereitet. Okay, aber bis es so weit ist, dauert es natürlich noch. Ja, und jetzt stehen wir da, oder ich stehe da und vor einem ganz kleinen Problem, nämlich, ich würde natürlich auch jetzt gerne König E2 spielen, natürlich. Das Problem ist, nach Turm D8, ja, ich muss irgendwie gucken, er hat ja diverse Optionen, mal den Springer hier rauszutreiben oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt mit F4 das verhindere, ich habe das Problem, dass mein König hier einfach nicht gut steht. Es drohen hier mal irgendwelche Schachgeschichten. Ich kann hier auch nicht in die Festlung reingehen, weil der Läufer mich dann hier, und dann kann dieser Läufer hier auch wunderbar irgendwie wirken. Und dann haben wir die Läufer auf einmal draußen, ja, wenn die einmal draußen sind, kriege ich sie nicht mehr eingesperrt. Und deswegen habe ich mich hier dazu entschlossen, jetzt, obwohl es schon kurz vor Endspiel steht und ging meine eigene Regel und so, oder mein eigenes Wissen, dass der König im Endspiel natürlich ins Zentrum gehört, aber hier war es einfach, dass noch ein bisschen die Königssicherheit noch mal im Vordergrund stand. Turm D8, okay, greift den D4 jetzt ein zweites Mal an. Respektive, ist natürlich gedeckt, aber dann würde hier vielleicht eine Isolani entstehen. Und jetzt muss ich überlegen, ist dieser Isolani jetzt ein Problem? Ich habe mich für Turm FW1 entschieden mit der Drohung Springer F5 Schach, wegen der Festlung auf der E-Linie. Und Schwarz hat hier rausgenommen. Und ich schlage mit dem Bauern wieder. Und wenn jetzt in einer perfekten Welt, sagen wir mal, Weiß macht jetzt erstmal gar nichts mehr und Schwarz spielt B5 und Läufer B7 kriegt den hier abgetauscht und ich mache hier immer noch nichts, dann verdoppelt der Turm sich gegen den Bauern und zack, ist der Druck da. Und wenn jetzt hier die Verdopplung kommt oder käme, wäre auch hier immer schon das Potenzial, dass dieser E5 mit dieser Festlung auf der D-Linie zumindest einen Bauern kostet. Oder ich müsste vorziehen, aber je weiter vor der Bauer ist, desto schwächer ist er ja, weil ich nicht mehr genügend Figuren habe, den Bauern vernünftig zu unterstützen. Und da, dann komme ich in Schwierigkeiten. Deswegen, gut, ist natürlich nur eine perfekte Welt. Hier hat Schwarz jetzt König F6 gespielt. Okay, kann man machen. Und ich habe D4, D5 gespielt. Der Läufer unterstützt ja diesen Vorstoß. Ich werde meine Schwäche einfach los. Ich löse sie auf. Schwarz spielt B5, damit dieser Bauer hier weg ist. Und ich tausche auf E6. Ich greife jetzt hier den Turm an. Der tauscht. Und jetzt kann sich Schwarz überlegen, wie möchte er hier auf E6 zurückschlagen. In der Partie hat der Läufer E6 gespielt. Das ist okay, weil durch dieses Tempo erhält er aktive Figuren. Dieses F mal E wäre auch gegangen, hätte die Bauernstruktur begrasigt, aber dieser Läufer wäre nicht so aktiv gewesen. Trotzdem wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Denn Schwarz wird ja vielleicht irgendwie diesen Läufer gleich mal tauschen können. Und dann wäre die Bauernstruktur besser. Okay, wäre auch ausgeglichen gewesen. Läufer E6 ist aber auch ausgeglichen. So, wir sehen, 5 gegen 5 Bauern. Und das Tempo auf den A2 muss ich noch leider abgeben. Okay. Und jetzt haben wir hier natürlich eine Situation, jetzt kommen wir quasi zum, die Eröffnung war nur ein bisschen vorgeplänkelt. Jetzt sind wir mehr oder weniger im Endspiel. Und wir haben 5 gegen 5 Bauern und wir haben ein sehr ausgeglichenes Endspiel. Und die Engine zeigt auch 0.0 an. Da hat keiner eine Chance gegen die Engine jetzt hier zu gewinnen. Aber als Mensch ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Und wir sollten uns ins Gedächtnis rufen und in Erinnerung rufen, worauf kommt es in Endspiel an? Und da darf ich an die Turkmekistan-Regel erinnern. Turkmekistan bedeutet, ich weiß gar nicht, dieses Land gibt es glaube ich sogar. Fängt mit T an. Sprich, T wie Turm. Turm, Aktivität ist für beide Seiten das Wichtigste in solchen Endspielen. Das ist absolut A und O. Dann kommt Turkmek, wie K wie König. König. Danach muss der König aktiviert werden. In welcher Form auch immer. Und dann M. Turkmekistan das M für Material. Sprich, Aktivität ist höher zu bewerten als Material. Und das ist etwas, wo ganz viele Leute, Endspieler, daran scheitern, weil sie einfach so am Material klammern. Und dadurch ihre Figuren zum Beispiel passiv stellen. Und genau. Deswegen, hier ist aber jetzt schwarz am Zug und kann mit Turm C D7 selber drohen, hier aktiv reinzukommen. Nach C2. Meinen Bauern angreifen. Und jetzt habe ich als Weihspieler die erste Entscheidung zu treffen. Wie wäre ich das ab? Oder was mache ich überhaupt? Ich kann jetzt zum Beispiel nicht Turm D2 spielen, weil dann Turm C1 Schach kommt. Der Läufer muss zurück. Und dann habe ich ein Problem. Nach der Fesslung geht dieser Läufer verloren. Das wollen wir nicht. Das heißt, Turm D2 kann ich nicht spielen. Ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie F4 zum Beispiel spielen, weil dann die zweite Reihe hier vermehrt aufgeht und mein König jetzt hier einfach nicht mehr so richtig frei wird und mitspielen kann. Der Turm ist super aktiv und der König weniger. Das könnte so in die Richtung, wir müssen ohne Torwart spielen. Diese Endspiele ohne König, das wollen wir nicht. Deswegen F4 auch keine Idee. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich spiele B4. Er hat zwei Ideen. Ich lege die weißen Damenflügel Bauern auf A6 und B5 erstmal fest, denn ich habe ja noch einen weißfälligen Läufer und ich könnte theoretisch über B7 diese Bauern angreifen. Ich muss dafür aber, leider geht es nicht anders, auch kurzfristig diesen Turm, diese Aktivität zu lassen, muss meinen selber schlecht stellen, aber weil die Bauern jetzt auf weiß festgelegt sind und alle anderen Bauern sind auch noch auf weiß. Ist nur ein mikroskopischer Vorteil, der wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht irgendwie einen Erfolg bringen wird, aber ist immerhin auch gut, dass sein Läufer nichts angreifen kann. So, jetzt im Gegenteil. Er hat ja hier auf F5 zum Beispiel auch eine Schwäche und die löst er jetzt hier wunderbar auf und das ist auch ein Merksatz, den wir uns merken können. Wir verlieren ganz oft Endspiele, weil wir unsere Schwächen nicht rechtzeitig loswerden. Und ich habe das ja hier eben gemacht, am Anfang hier, als ich meinen D-Bauern vorgezogen habe, hier an der Stelle. Ich habe meine Schwäche losgeworden, damit die gar nicht erst zur konkreten Schwäche wird und angreifbar wird und erobert werden kann. Und genau so ist es hier auch. Er spielt jetzt F5, F4 und löst eine seiner Schwächen auf. Guter Zug, überhaupt keine Frage. Ich greife mit Läufer B7 diesen Bauern an. Er muss den decken. Wir tauschen den. Alles klar. Und jetzt haben wir wieder eine neue Situation. Stellung ist immer noch ausgeglichen. Wir erinnern uns an die Turkmenistan-Regel, die besagt, Turm, Turmaktivität, das Wichtigste. Mein Turm steht natürlich jetzt alles andere als aktiv. Und dann habe ich den mal aktiv gestellt, respektive gedroht, durch die Drohung Turm D6 Schach zu aktivieren. Okay. Schwarz schlägt hier auf G3. F3 wäre hier sicherlich auch noch ein praktischer Versuch gewesen, um meinen König auf der Grundreihe festzuhalten. Und dann muss ich mit H3 mir ein Luftloch machen und dann gegebenenfalls mit G4 König G3 meinen König wieder rausbringen. Aber immerhin, dieser Bauer auf F3 würde auch dem Weißen ein paar Kopfschmerzen und vielleicht irgendwie bereiten, dass dieser Bauer in der Praxis einfach noch eine Relevanz hat. Wäre eine Option gewesen. Er schlägt hier auf G3. So. Und jetzt ist dadurch mein König, Turkmenistan, immerhin, der König aktiv. Oder er kann hier irgendwie mal gucken. Alles klar. Jetzt habe ich ja immer noch diese Drohung auf D6. Die verhindert er mit dem Turm. Und jetzt haben wir schon den ersten kleinen Schritt. Der Turm stellt sich so hin, dass hier verteidigt wird. Aber das bedeutet, der Turm, unser höchstes Gut, quasi in Turm entspielen, stellt sich passiv. Nicht gut. Ich komme mit meinem König. Er kommt jetzt mit seinem König auch, deckt dieses Feld ab und könnte damit mit seinem Turm mal wieder aktiv werden. Das verhindere ich auch. Und jetzt haben wir immer noch eine völlig ausgeglichene Stellung. Aber Schwarz hat immerhin drei Inseln, sprich H7, F7 und den Darmflügel. Während Weiß den Darmflügel hat und diese F- und G-Bauern, die immerhin zusammenhängen. Ist nur mikroskopischer Vorteil, aber immerhin. Und ja, wir sehen, was passiert, oder was hier noch passieren kann. Gerade der H7, als Einzelbauer, als Schwäche. Wer weiß. So, Schwarz spielt mit den Bauern vor, kann man machen. Ich versuche den König und er hat Turm C4. Guter Zug. Verhindert, dass mein König entlang der vierten Reihe irgendwie aktiv wird. Ich wäre natürlich jetzt hier gerne irgendwie zum Beispiel hier reingelaufen. Aber verhindert er. Alles gut. Dann habe ich einmal König E3 gespielt und diese Zugwiederholung zugelassen. Dann habe ich jetzt gesehen, okay, der Gegner scheint mit dem Remi einverstanden. Aber warum soll ich hier nicht spielen? Ich kann ja nicht verlieren. Ich kann natürlich was einstellen. Natürlich kann ich das verlieren, in dem Sinne. Aber wenn wir jetzt erstmal so normal gucken und wenn ich nichts einstelle, kann ich auch nicht verlieren. Also sollte eigentlich nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich mit dem König eben hier rüber. Vielleicht habe ich die Option über H3 und wenn ich dann F4 spiele, ist die vierte Reihe wieder blockiert und dann kann ich mit meinem König vielleicht mal hier irgendwie aktiv werden. Dann muss der König vielleicht vom Gegner hier irgendwie passiv werden. ein Schritt nach dem anderen. Und jetzt hat mein Gegner F4 gespielt. Möchte seine nächste Schwäche hier auflösen. Und ja, das wollte ich natürlich nicht. Ich muss natürlich Bauern auf dem Brett lassen. Dieses Schlagen hier ist natürlich super remislich. Respektive jetzt habe ich auch gar keine strukturellen Vorteile mehr. Im Gegenteil, der H-Bauer könnte sogar ein entfernter Freibauer sein. Ach, das muss man ja überhaupt nicht machen. Deswegen spiele ich G4. Und eventuell wird dieser F4-Bauer eine Schwäche. Ich könnte mit dem König vielleicht mal irgendwann da ranlaufen. Oder je nachdem, wo die gegnerischen Figuren stehen. Irgendwelche, dass dieser F-Bauer mal schwach werden könnte. Vor allem habe ich aber noch einen zweiten Trick. Und ich glaube, das hat mein Gegner hier übersehen. Zum einen verhindere ich die Aktivität des Königs. Und mein Gegner spielte jetzt H6. Und ich habe jetzt hier, also ich habe deutlich weniger Zeit als mein Gegner. Gut, aber so ein H6 ist immer noch ausgeglichen. Auch laut Engine nachher. Aber so ein Zug wie H6, wenn ich den geplant spiele, ist das okay. Aber nach meinem nächsten Zug, und dann Turm H3, nämlich Turm aktivieren, entlang der dritten Reihe hier, sehe ich jetzt, oh, jetzt H6 hängt mit Schach. Und dann hängt der A6 sogar hinterher. Und weil man Gegner hat jetzt hier anderthalb Minuten locker reingeguckt, weil er diesen Zug Turm H3 überhaupt nicht gesehen hatte. Wenn er das gesehen hätte, hätte er vielleicht nicht so gespielt, weiß man nicht. Aber jetzt nur als Beispiel, wenn er mit seinem König mal hier aktiv nach vorne geht. Turm Mekistan-Regel, dann Turm H3, greife ich diesen Bauern an, den kann er decken. Aber wir sehen bereits, mein Turm droht was, sein Turm deckt nur. Ich aktiv, er passiv. Das kann ich verstärken. Ich biete meinen Turm nach H6. Jetzt greife ich den A6 an. Und jetzt nehmen wir mal nur hypothetisch an, er würde den Turm da hinspielen. Dann hat sich das Bild doch drastisch verändert hier. Sein Turm, mega passiv, während meiner sehr aktiv ist. Auch den König hier so ein bisschen einschneidet. Und dann kann ich hier schon versuchen, Richtung den F4 mal gucken zu gehen. Jetzt drohe ich hier einen Schach, den König vom F4 wegzutreiben. Und auf einmal muss Schwarz in der Praxis zumindest zeigen, ob er diesen Bauern Verlust kompensieren kann. Nicht so einfach. H6. Dann kam Turm H3, genau. Jetzt hat man gegen Erlangen überlegt, aber einen guten Zug gefunden. Und er hat sich an der Turm Mekistan-Regel orientiert. Nämlich Aktivität. Und der Turm steht ja immer noch sehr aktiv. Deck den Bauern, droht hier mal nach C3 zu gehen, auf A3 zu gucken und so weiter. Also bleibt nur, den König zu aktivieren. Er verliert den H6-Bauern und den A6-Bauern, aber er bekommt den G4-Bauern. Und jetzt sehen wir, dass der König super aktiv steht von ihm. In Verbindung mit F3, dass dieser F-Bauer von ihm auf einmal, statt eine Schwäche, eine Stärke wird. Und da ist ein weiterer Punkt, den wir unbedingt ansprechen müssen und den wir uns verinnerlichen müssen. Nämlich der Punkt, die Qualität der Bauern geht über die Quantität der Bauern. Wir sehen, ich habe einen Mehrbauern, diesen A3. Aber der ist ja im Grunde noch nichts wert, weil dieser eine Bauer B5 hier beide Bauern von weiß aufhält. Und solange der schwarze König hier super aktiv steht und mit dem F-Bauern vorrückt, dann könnte ja auch mal mein F2-Bauer hier in Gefahr geraten. Und deswegen grundsätzlich wichtig, wenn ich es schaffe, den genischen König zurückzudrängen, sollte ich das tun. Denn von hier aus, von G4, kann er ja irgendwie notfalls eingreifen. Wenn ich ihm aber einen Schach gebe und er muss zurück, kommt er eben nicht mehr so schnell hier aktiv bei mir rein. Kostet ihm zumindest ein weiteres Tempo, meistens aber eher zwei Tempi. Jetzt greife ich den B6 an, der hängt wieder mit Schach. Noch ein Vorteil von dem Zurücktreiben. Schwarz muss aktiv bleiben. Er muss mit seinem König aktiv bleiben und mit dem F-Bauern hier vorrennen und meinen König hier beschäftigen. Und dann vielleicht den F2. Das ist seine letzte Hoffnung mehr oder weniger, dass das diese F-Bauer hier dann ein Gegengewicht, Qualität vor Quantität. Und ihr könnt ja mal überlegen, ich habe jetzt hier einen Bauern mehr, wie der Computer diese Stellung einschätzt. Genau, ausgeglichen. Aber ihr seht, wir haben in der ausgeglichen Stellung angefangen und jetzt habe ich mittlerweile einen Bauern mehr. Also weit entfernt von sicheres, einfacheres Remis für den Gegner. Ich schlage hier auf B5. Er spielt F3, ich muss mit dem König vor. Alles klar. Ich kann natürlich nicht zurückgehen, hier erstens wegen solcher Matt-Geschichten, aber auch grundsätzlich den König auf die Grundreihe zu stellen, gibt dem Gegner immer Tempi. Und ja, Tukmikistan-Regel, König aktiv spielen. Wir wollen auch den F3 im Auge halten. Und er spielt den besten Zug, Turm C1 und droht hier vielleicht auch mal mit dem Turmschach, mit dem König an den Rand zu drängen oder dann vielleicht auch mal einen F-Bauern hier in irgendeiner Form zu gewinnen. Und jetzt habe ich zwei mehr Bauern mit weiß. Aber die Aktivität der verbliebenen schwarzen Figuren ist so unfassbar aktiv und bei mir steht der Turm jetzt ein bisschen unglücklich, weil ich hier überhaupt keine Schachs habe hier auf beiden Seiten. Und das ist eben ein Tempo, was mir jetzt fehlt. Und wenn ich jetzt am Zug, ich bin ja am Zug, aber wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn der Turm hier Stunde auf B8 und ich könnte hier ein Schach geben, den König wegtreiben und damit den F3-Bauern gewinnen zum Beispiel, klar, dann wäre es sofort vorbei. Und daran sieht man, wie eng und wie schmal dieser Remisweg ist, den Schwarz hier einschlagen muss. Und die Engine sagt, ich habe zwei mehr Bauern, also weiß hat zwei mehr Bauern, die Stellung ist 0.0. Wegen dieser Aktivität. Und ja, ich habe auch den besten Zug gemacht, Turm C5. Ich versuche den Turm mit Tempo irgendwie zu aktivieren, dass ich hier mal entweder auf C4 Schach geben kann oder über C2 meinen Bauern decken kann. Okay, er spielt einen Schach, ich gehe nach H3. Natürlich gehe ich nicht nach H2, weil er dann mit Tempo hier diesen Schach und dann den Bauern schlägt. So, und jetzt könnt ihr hier immer noch gucken, auch diese Stellung ist immer noch 0.0, außerglichen. Weil dieser F2-Bauer natürlich latent immer in Gefahr ist. Der König könnte hier vielleicht mal mit ranlaufen. Vielleicht sind hier mal irgendwelche Mat-Motive, wenn der König hier auf F4 steht, tauchen hier noch Mat-Motive auf der H-Linie auf. Und alles natürlich kurz vor knapp und dünnes Eis, aber Schwarz kann durch aktives Spiel das Remis halten. Und sein Remis-Plan wäre jetzt, Turm H1 und Turm G1 hier so ein paar Dauerschachs zu geben. Und das gucken wir uns gleich am Ende nochmal eben kurz an, denn wir spielen mal eben die Partie durch. Und die Stellung hier ist 0.0, aber das heißt ja nicht, dass es Remis ist. Und im Gegenteil, in 5 Zügen ist die Partie beendet. Schwarz versucht König d3, verhindert König c2, kann hier selber vielleicht auch mal ranlaufen. Aber genau dieser Zug, König d3, verliert die Partie. Und wir sehen auch gleich warum. Ich gehe mit meinem Bauern vor. Nicht, dass dieser Bauer jetzt schon entscheidend durch wäre, aber ich habe mir jetzt hier ein Feld kreiert, nämlich das Feld b4, wo ich meinen Turm hinstellen kann, wo er gedeckt steht. Und da kommen wir gleich sofort drauf. Hier versucht Schwarz jetzt diesen Bauern anzugreifen, aber das ist natürlich nicht gut. Nach Turm c2 und dann Turm b2. Jetzt greift er den hier an. Und ich habe ein Feld, wo ich gedeckt stehe. Der Turm steht hinter den Bauern. Und Schwarz kommt nicht mehr dazu, hier diesen Bauern zu schlagen, weil bis dahin ist mein Bauer durch. Und auch das Zurückgehen würde natürlich nur zu einer passiven Stellung führen. Dann treibe ich meinen Bauern vor. Ich zeige es mal ganz kurz. Irgendwann muss dieser Turm darüber. So, und ja, dann wird auf jeden Fall dieser Bau auch noch fallen. Dann habe ich drei mehr Bauern. Und das gewinne ich natürlich. Und jetzt muss man sich nur noch fragen, warum war dieser Zug, König D3, so unfassbar schlecht? Das muss ich ihn erst mal wiederfinden. Genau, das war hier. Was ist der Unterschied? Und zwar sehen wir, dass der Bauer hier auf b4 noch steht. Hat einen Hintergrund gleich. Also zunächst einmal, wenn nicht der kommt, sondern Turm h1 Schach. Jetzt könnte ich natürlich hier mit meinem König hier hin und her pendeln. Aber das wäre dann Remy. Das heißt, wenn ich gewinnen möchte, muss ich versuchen, mit meinem König hier irgendwie rauszulaufen und vielleicht hier irgendwie rüber zum Damenflügel, wie auch immer. Aber das hat eben einen entscheidenden praktischen Nachteil. Er gibt hier weiter Schachs. Alles gut. Noch ein Schach. Und jetzt steht der König schon sehr, sehr weit weg und greift vor allem den F3-Bauern nicht mehr an. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn jetzt kommt auf einmal der Zug, Turm F1. Jetzt hängt der F2. Wenn ich den Deckel mit Turm C2 greift er meinen Turm an. Wenn ich jetzt nach B2 gehe, geht er eben nach C3 mit Tempo und dann müsste ich nach A2, kann ja so direkt nach A2 gehen. Jetzt kommt König C3. Und jetzt haben wir die Problematik, dass mein weißer König unfassbar weit vom F3 wegsteht. Und wir haben jetzt hier nämlich noch ein Problem. Jetzt nehmen wir an, ich würde mit meinem König wieder hier ran laufen wollen. Was glaubt ihr, wie die Stellung hier einzuschätzen ist? Richtig, minus 5. Schwarz gewinnt hier. Oh, A2-Bauern, weniger was los. Wieso gewinnt er? Ganz einfach. Mein Turm auf A2 ist ein unfassbar schlechter Turm. Der kann hier auf der Grundreihe nichts machen. Der König hat hier alle Felder und der Bauer auch noch das letzte Feld. Und jetzt spielt Schwarz am Zug Turm D1 und droht jetzt einfach König B3 und mein Turm hat keine Felder mehr. Alles gedeckt. Turm weg Situation, Spiel weg Situation. Okay, deswegen König F5 geht hier nicht. Aber was mache ich dann? Ich habe also nur die Option, irgendwie die Bauern zu ziehen. Und wenn ich hier mit dem Bauern vorgehe, dann haben wir wieder die Möglichkeit mit Schwarz. Ich könnte den Bauern schlagen oder nach B3 gehen. Und auch das hat wieder einen Riesenunterschied. Nämlich König B4 ist ein schlechter Zug und verliert die Partie, weil ich diesen Bauern jetzt hier pushen kann. Und ich komme mit meinem König jetzt hier, obwohl der Turm angegriffen ist, stehen die schwarzen Figuren so schlecht, dass dieser Bauer auf A5 hier nicht mehr aufzuhalten ist. Und der Turm kommt eben auch nicht mehr irgendwie hier zurück irgendwie. Zu langsam. Und den hier schlagen, dann habe ich eben den Bauern durch. Und das wäre der Fehler. Aber König B3 und jetzt sehen wir, dass der Turm wieder so unfassbar schlecht und passiv steht. Er muss jetzt nach D2. Jetzt habe ich immerhin dieses eine Feld noch. Aber jetzt kann ich mir aussuchen, welchen dieser Bauern ich schlage. Und dann ist wieder theoretisch Remy. Also erstmal ausgeglichen, aber auch theoretisch dann Remy. Und alleine dieser schmale Grad, dieses Endspiel zeigt, ich gehe nochmal zwei, drei Züge zurück, dass mein Turm so gut er hier auch verteidigt. Und hinter, ich habe zwei Freibauern hier, aber weil mein König da hinten so weit weg steht. Und dieser F-Bauer hat ja auch noch eine Funktion gehabt. Und selbst hier, mit diesen zwei Mehrbauern ist die Stellung immer noch ausgeglichen, laut Computer und Theorie-Datenbank und so weiter. Und dann seht ihr, die Stellung ist ausgeglichen, aber noch lange nicht Remy. Denn Remy ist dann, wenn es in der Praxis, wenn der Gegner immer den besten, perfekten Zug gemacht hat. Ja, und das hat er dann hier eben nicht geschafft und hatte die Partie verloren, weil er hier nach dem Schach einfach mit dem König ranlaufen wollte. Ja, und diese Kleinigkeiten, dass ich dann hier eben ein Feld mit dem Turm hatte nach B5, dieser kleine Unterschied reicht schon und kein Dauerschach mehr, kein gar nichts mehr. Okay, war eine spannende Partie und die Endspielfreunde sind hoffentlich auf ihre Kosten gekommen heute. War natürlich jetzt mal was anderes, aber beim letzten Mal hatten wir ja dieses sizilianische Chaos. Da sind die Taktiker und so weiter auf ihre Kosten gekommen und ich hoffe heute, die Endspielkünstler hatten auch ihren Spaß. Und vom Endspiel lernen kann man grundsätzlich immer. Von daher. Genau, in dem Sinne sind wir heute schon wieder durch. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Lass gerne einen Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Video-Vorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit.